Ok, wohin gehen wir jetzt gerade? Rauf aus Rock Palace Center. Rauf aus Rock Palace Center. Cool. Einfach rein, einfach rein. Wer gehört noch zu uns? Gehört ihr alle zu uns? Ja. Ich muss alles füllen. Ich habe irgendwie rangesucht. Ich bin ziemlich nah. Oh, wie ist das? Oh, wie ist das? Scheiße. Wow. Ah, das ist sicher. Ok, das war mal. Voll Druck auf den Aufzug. Das ist in den 67. Ich weiß nicht, das ist in den 67. Ok, ich hoffe, wir kommen wieder runter. Wow. Das ist in den 69. Das ist in den 69. Wir sind da. Wir sind da. Wuhuuu. Ok, alle Gache. Wir sind da auf dem Weg. Oh, Leute. Oh, es ist geil. Wir sind da auf dem Weg. Ah, das ist in den 69. Oh, wir sind da schon drauf. Juhu. Einmal Film. Wir sind da auf dem Weg. Einmal Film. Ist das nicht ein geiler Ausblick. Kinder? Oder? Ja, das war schon krass. Kinder? Schuhkinder? Ich wollte nur mal so was sagen dazu. Oh, jetzt hast du das so dazu. Geiler Ausblick. Ja. Richtig toll. Ich glaube, ich sollte meiner Mama eigentlich ein Souvenir mitbringen. Oh, jetzt habe ich das laut gesagt. Da muss ich glaube ich auch machen, weil die Kamera das aufgenommen hat. Scheiße. Ich wollte mir das nicht gemacht haben. Ich hätte es auch gemacht, auch wenn mir das die Sings nicht bezahlt hätte. Ja. New York City. Geil. Wie weit können wir noch hoch? Was für ein Film? Kevin alleine in New York. Ja. Ja. Ich lasse immer meine Kamera rein. Was soll das? Was soll das? Heute Abend schieben wir eine kleine Party. Sie, sie und sie. und die anderen zwei Uschis. Nehmen ein paar andere mehr Uschis. Die sind gerade nicht da. Wir wurden separatet. Wir wurden separatet. Wir wurden separatet. Also, wir müssen einen Film vorgesehen. Wie ist das? Ein Film von uns. Das ist ein Film. Okay. Vielen Dank.